servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren fc bayern spielanalyse ja zum champions sieg gruppenspiel gegen galatasaray istanbul zum rückspiel also bei uns zu hause 2 zu 1 souverän gewonnen ist schon mal mein fazit was ich immer vorweg nehme das andere fazit was wir schon mal vorweg nehmen weil hier immer so unterstellt wird hier wird immer so offen kimmich rumgebasht kimmich hat ein super spiel gemacht kommen wir genauer drauf wenn wir ein bisschen auf die einzelnen spieler darauf eingehen haben zum spiel selber ich denke von unserer seite war es echt ein gutes spiel ja wir waren super dominant wir haben das spiel im griff gehabt klar hat galler mal eine gute phase gehabt gerade zweite halbzeit da ihre zehn minuten das lässt sich auch nicht ganz vermeiden ja aber ansonsten haben wir ein gutes spiel gemacht wir waren all das was man so vor dortmund ein bisschen hat vermissen lassen es war eine mannschaftsleistung unsere unsere außenverteidiger wurden auch nicht komplett im stich gelassen ja das war auf jeden fall auch besser dass das mit nach hinten arbeiten und ja ich denke man hat gesehen dass eine mannschaft auf dem platz war und man hat gesehen ja dass sie füreinander wollten ja das war wirklich so das wichtige bevor wir da ein bisschen weiter darauf eingehen erstmal auch ein riesen lob an die südkurve ja ja dass sie wirklich 90 minuten über normal gas gegeben haben damit man von den bayern fans überhaupt ein bisschen hört ja die galler fans da die erste viertelstunde durchgehend am pfeifen ja mein gut das fußball da kann jetzt jeder davon halten was er will auf jeden fall riesenlob an an die südkurve die wirklich 90 minuten vollgas gegeben hat und auch es geschafft hat das stadion ab und mann mitzunehmen hat mir sehr sehr gut gefallen ja wie gesagt zum spiel ich denke es war ein sehr interessantes spiel ja es war auch teilweise ein hin und her also es war jetzt nicht irgendwie so so abwarten wir gucken mal so was der andere macht nee wir haben schon versucht auf ein tor zu gehen gerade erst halbzeit galatasaray aber auch aber galatasaray hat nicht so super hoch gepresst wie sie es im hinspiel gemacht haben war aber auch zu erwarten ja ohne ihre zuschauer dass sie da ein bisschen bisschen pace rausnehmen zwischendurch haben sie mal versucht anzuziehen das hat ja in der zweiten halbzeit auch noch für zehn minuten geklappt ansonsten im großen ganzen klar waren sind die auch immer gefährlich wenn es wenn es schnell geht keine frage das können die man hat auch in der ersten halbzeit gesehen das hatten sie auch mal so so fünf bis zehn minuten mal so eine phase wo wir galatasaray so ein bisschen den ball gelassen haben also ballbesitzfußball können die auch das haben aber auch schon im hinspiel gesehen aber im großen und ganzen habe ich jetzt nie das gefühl gehabt jetzt irgendwo dass man sagt wo wir sind jetzt aber super am schwimmen oder ist jetzt irgendwie eine ganz knappe kiste oder man hat es war nicht wieder so eine schwächephase drin wie wir sonst immer haben ja dass ein gegner halt eine gewisse qualität hat und dann auch mal gute zehn minuten hat dass das das muss man auch akzeptieren ja das ist völlig völlig legitim in der schimmenssicht aber ansonsten denke ich haben wir ja wir haben ein gutes spiel gemacht in meinen augen ja damit können wir das spiel eigentlich zusammenfassen was ich noch vorher sagen möchte bevor wir gleich noch ein blickige statistiken werfen also bei allem respekt von emotionität und so weiter im fußball bin ich auch ein großer fan von wenn man aber trainer ist sollte man sich in manchen situationen doch ein bisschen beherrschen können ja man kann ja da draußen rum flippen wie man möchte aber ich einen gegnerischen trainer sehe der die ganze zeit so da rumläuft die karte 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 dann weiß ich nicht dann habe ich das verlangen alter den irgendwo mal ein paar takte zu sagen also dass das hat für mich nichts mit mit respekt vom gegner zu tun ja von sie hatte gelb wäre es ein klares faul gewesen er hätte ihn klar getroffen nicht im kampf um ball dann wäre auch wahrscheinlich auch mit gelb dort runter gegangen das war nicht der fall von daher kann man da schon so auslegen wie es ausgelegt war ja man kann ja auch denken what what the hell aber dass man da irgendwie 15 sekunden 20 sekunden die linie hohen runter rennt und hier so da lang hüppelt als gegnerischer trainer sorry das fühle ich nicht ich bin schon respektlos wenn gegenspieler das machen aber wenn es dann noch der gegnerische trainer macht ja weiß ich nicht könnt ihr von halten was ihr wollt ich fand es einfach respektlos ja damit immer zu den statistiken die sollten auch ein bisschen unser unser spiel untermauern schüsse aufs tor 4 zu 2 schüsse neben das tor oder torschüsse richtung tor 11 zu 4 also insgesamt 15 zu 6 geblockte schüsse noch 2 zu 1 dabei dann bist du also bei 17 zu 7 ja ballbesitz 63 zu 37 ecken 7 zu 1 abseits 24 fouls 9 14 einhüfe 20 19 gelbe karten 13 process 20 11 konnte text 54 also da sieht man auch dass das alles ausgeglichen ist gut keeper selbst 12 ergibt sich aus den torschüssen was soll man da groß sagen leute ich denke noch mal es war ein gutes spiel für uns weil wir wieder nicht so eine schwächephase hatten meiner meinung nach noch mal das galatas reiber starke zehn minuten hat oder auch meine ersten halbzeit mal fünf minuten so den ball in den eigenen reihen hält um sich ein bisschen spielsicherheit zu holen ist völlig legitim wir spielen unter dem tuchel hat einfach ein bisschen anders fußball nicht mehr so 80 prozent ballbesitz im spiel dann haben wir hier auch 63 prozent ballbesitz am ende gehabt also da muss mir auch keiner irgendwie erzählen dass das nicht dominant war ja von daher würde ich sagen ich gucke mal ob ich die aufstellung hier auf der bayernseite oh wir haben jetzt auch statistiken wow das hat ja ein bisschen gedauert aber ja dann gucken wir uns die da auch noch an ist so perfekt oder können wir das gleich mal vergleichen mit livescore und kommt ballbesitz haben wir hier 62 zu 38 anstatt 63 zu 37 können wir drüber hinweg sehen abseits 34 falls 9 14 zweikämpfer 55 44 schüsse aufs tor 4 2 schüsse insgesamt 16 6 ecken 7 1 angekommene pässe 495 275 flanken 11 9 schüsse insgesamt heavy cane 3 sané ein wo steht denn dann der neuer mit null da drin das ist ja wild alter torschussvorlagen kimmich eine zelt eine gewonnene zweikämpfe davis 9 command 7 7 ballkontakte 110 kimmich davis 98 kim 70 gefault worden wie immer schenken uns aber damit gehen wir auch mal rein so ein bisschen in die in die einzelne spieler analyse also vielleicht noch mal ein paar worte zu galatasaray haben eine sehr interessante mannschaft jetzt wo ich die aufstellung hier auch mal sehr ich weiß gar nicht wie viele türkische spieler da noch bei sind zwei das ist schon wild aber haben auf jeden fall eine interessante mannschaft und haben es auch gut gespielt ich fand sie cleverer wie im ersten spiel weil sie nicht so blind losgepresst haben so ins offene messer sie haben uns nicht so die großen räume gegeben was ich eigentlich erwartet hatte das haben sie ganz ganz selten getan da haben sie aus dem dortmund spiel auf jeden fall gelernt was sie nicht gut gemacht haben sie haben den kimmich ins ins in ruhe gelassen abgesehen von drei drei szenen und kimmich mal ein bisschen unter druck gesetzt wurde ansonsten hatten kimmich ruhe gehabt und da hat er ein super gutes spiel gemacht und damit würde ich auch sagen gehen wir mal rein ich schiebe mich mal hier rüber insofern der obs mitmachen möchte perfekt also manuel neuer ja weiß ich nicht konnte aber gegentor was machen schwierig war jetzt nicht so der 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 ganz klare winkel für den stürmer weiß ich nicht ob neuer da vielleicht irgendwas hätte machen können ansonsten kann ich mich jetzt nicht groß erinnern dass neuer überhaupt mal eingreifen musste ja ja klar war noch ein ding von ikadi dann ist das abseits dingen und so weiter galler hatte gute ansätze auf jeden fall aber richtig klare torchancen waren jetzt nicht so viele da ansonsten neuer einmal noch rausgekommen kurz zum ende auf 85 so rum oder was und noch ball geklärt hat ansonsten hat er das gemacht was er kann ja hat auf jeden fall eine menge mehr sicherheit ausgestrahlt wenn man gerade mal gesehen hat aus welchen positionen mit teilweise dann zurück zum neuer gespielt haben von daher welchen neuer bei einer drei sehen opa würde ich auch bei einer drei sehen hat es gut gemacht ich denke mal hat ihm nicht unbedingt einen gefallen getan ihn noch die zehn minuten länger auf dem platz zu lassen ähm da war sah er schon echt sehr fertig aus ist sogar noch einmal mit nach vorne marschiert eigentlich eine gute drei war ähm hat es ansonsten sehr sehr gut gemacht ähm von sie davis sehe ich auch bei einer drei genauso wie matz raoui ähm ja war auf jeden fall ähnlich wie dortmund spiel und eine ecke verbessert wie die spiele davor ja gerade was defensiv falten anbelangt ja es wurden trotzdem flanken zugelassen wir haben es ja gesehen neun flanken oder sowas hatte galatasaray insgesamt aber wir haben es wenigstens mal geschafft teilweise mal eine flanke zu verhindern auf den auf den außen seiten ähm aber trotzdem haben beide auch äh schatten gehabt ja in ihrem spiel von daher in meinen augen äh nur eine drei für die beiden ja obwohl davis natürlich ein bisschen auffälliger war was da was so nach vorne ging und fairerweise muss man sagen dass davis aber auch echt alleine gelassen wurde teilweise von leeroy erste halbzeit vor allem ja ähm man musste da ja echt äh echt beißen er hat dann eher mal so ein koretzka oder so ausgeholfen ähm ja für mich beide drei minjay ja aufgrund seines individuellen fehlers sehe ich ihn bei einer vier ähm bis dahin hat er ein ganz gutes spiel gemacht hat aber auch zweimal leichte bälle wieder den gegnern in die füße gespielt das war auch nicht so gut ähm war jetzt aber nicht so tragisch ist nicht ganz so viel raus passiert was tiefer war war in der gegnerischen hälfte wo er den ball hingespielt hat war es jetzt nicht ganz so tragisch aber klar den muss er natürlich anders verteidigen das tor ja da müssen wir nicht drüber reden also das das war schlecht verteidigt aber auch natürlich gut gemacht von dem von dem stürmer ähm trotzdem muss man das äh besser lösen in meinen Augen von daher eine vier ähm Leon für mich eine klare zwei ja äh Goretzka hat sehr sehr gutes spiel gemacht wieder ähm nach vorne ja klar Galla hat uns auch ab und wann ein bisschen Raum gegeben da konnte er marschieren aber auch nach hinten ja was er nach hinten auch weggearbeitet hat auch wo er noch eher der achter war ähm das war schon stark das war schon das war schon wirklich stark und auch vorne ja ähm man hat sich auch vorne nicht nicht gescheut mal mal den einen oder anderen zusammen zu pfeifen das hat mir auch gut gefallen mal Niboy ähm auch mal Müller äh gesagt Junge was ist los ja beweg dich mal in die richtigen Räume kommen wir gleich noch zu ähm ja hat mir sehr sehr gut gefallen hat endlich das Zutrauen wieder ja was wir von ihm früher kannten ich weiß nicht was passiert ist vielleicht ist er jetzt endlich mal richtig fit oder was oder es hat im Kopf klack gemacht ich kann es euch nicht sagen auf jeden Fall ein super starker Goretzka für mich äh King King und Sané können wir kurz machen sehe ich beide bei einer 3 äh warum weil beide hatten nur eine gute Halbzeit ja Sané hat eine gute erste halbe Stunde gehabt hätte manchmal äh äh Davies ein bisschen mit unterstützen können wobei man fairerweise sagen muss dass Galatasaray auch die Seite überladen hat ja selbst wenn Sané und ein Davies äh da waren waren trotzdem noch immer ein Spieler mehr von Galatasaray die haben schon versucht über die Seite äh enorm Druck zu machen deswegen haben wir das schon einigermaßen okay äh wegverteidigt denke ich ähm Anfangsphase war Sané aber auf jeden Fall der der offensiv am auffälligsten war leider hatte man wieder den Kane übersehen bei dem Schuss den er genommen hat ähm wobei es zentral vom Tor war da kann man schon verstehen dass er den Schuss nimmt aber wenn er ein bisschen uneigennütziger ist sieht er den Heavy durch den Ball rüber und das steht 1-0 ähm ja von daher äh für mich beide Note 3 Kumal erste Halbzeit war war echt wenig ja zweite Halbzeit war bedeutend besser vor allem auch dann mal 1-2 Flanken versucht ähm auch mal ins Dribbling gegangen und so weiter fairerweise muss man auch sagen dass wir ein bisschen mehr über rechts gespielt haben anstatt über links dann wie sie erste Halbzeit getan haben äh von daher für mich beide Note 3 so äh Joshua für mich ganz klar Note 2 ja hat einmal einen Wackler gehabt ansonsten habe ich keinen schlechten Ball gesehen super pass sicher auch Zweikampfverhalten ähm richtig gut ja sowohl defensiv wie auch vorne schon ähm mit versucht den Ball auch zu oobern aber nicht so blind links wie sonst immer einfach vorne hingerannt der war schon so in seinem Raum wo er sein muss auf dieser Position und ja dadurch dass Galatasaray ihn hat ins Spiel kommen lassen er hat die Bälle verteilt wieder über außen nach außen gelegt ähm hat eine Ruhe am Ball gehabt ähm ja war einfach gut ja war einfach gut ähm was ich auch gut fand wo Leiboy Kimmich ein bisschen voraus hat oder vielleicht war es auch eine Anweisung nach den drei schlechten Ecken von Sané äh so wie ich es auch schon zu Kimmich gesagt habe wenn man so einen Tag hat wenn man drei vier Ecken schießt und sieht die sind alle kacke ja da muss ich das sein lassen da muss ich einen anderen schießen lassen genau das hat Sané gemacht ich weiß jetzt nicht genau ob es von ihm aus kam oder ob es von Kimmich kam ist auch Wurst auf jeden Fall war das okay auch wenn Kimmichs Ecken jetzt ja es waren schon ein zwei brauchbare dabei da haben wir ein bisschen Pech gehabt ähm und der Freistoß die Vorlage ähm ich denke damit hat ein Kimmich bewiesen ähm dass wenn wir eine Holding Six unbedingt kaufen werden weil Tuchel das möchte dann haben wir einen super Rechtsverteidiger und dann sehen wir sehr sehr gute Flanken ja heute so ein kleiner Seitenhiep muss ne muss sein ähm also Kimmich ein sehr sehr gutes Spiel in meinen Augen äh ganz klare Note 2 für mich einen Tacken besser wie wie ein Leon obwohl man das nicht so gut vergleichen kann Leon war halt schon mehr so hoch runter hat es dann als Innenverteidiger richtig gut gemacht bis auf eine Szene wo auf einmal als Innenverteidiger am gegnerischen 16er war äh da ist wohl ein bisschen mit ihm der der Offensivdrang den er nun mal hat äh noch mit ihm durchgegangen aber ansonsten hat Leon das ähm echt gut gemacht ja und ja er war mehr der Pusher Kimmich war mehr der Koordinator ähm Kimmich hat das gespielt was man sehen will ja hat die Bälle verteilt ganz wichtig hat ganz ganz selten den 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 Speedroars genommen ja hat ganz ganz viele Bälle direkt gespielt oder hat mal kurz angenommen Meter zwei geführt mit dem Ball und dann gleich nach vorne gespielt ähm ich meine wenn man in der eigenen Hälfte ist da unter Druck angespielt wird spielt man den Ball zum Innenverteidiger völlig normal darum geht es gar nicht um diese Szene geht um diese Szene die wir in der gegnerischen Hälfte haben ja ähm und da habe ich heute ich kann mich nicht daran erinnern dass ich den Rückpass gesehen habe von Kimmich er hat immer versucht den Ball nach außen zu legen einmal war es fast so weit da hat er schon wieder seine typische Bewegung gemacht und den Blick nach hinten gehabt hat den Ball aber dann trotzdem noch nach außen gespielt ähm also heute kann man ihm all die Schwächen die man ihm die letzten Wochen auch Monate unterstellen konnte hat man heute nicht gesehen er hat das Spiel nicht verlangsamt ganz im Gegenteil hat oft den Ball direkt weiter gespielt ähm wenn wir im langsamen Aufbau waren hat er den Ball super stark nach außen gelegt ähm hat dann auch mal einen schnellen Seitenwechsel äh forciert und sowas ähm ja ich denke wenn Kimmich immer so spielen würde wie er heute gespielt hat und wenn er klarkommt würde wenn er mal unter Druck steht ähm wo heute eine kritische Situation bei war wo er ein bisschen Glück hatte ähm wo er da so den Zampano gemacht hat ähm was er aussah als Setter Knoten in den Beinen hat aber geklappt ähm dann will man keine Diskussion über den Holding Six führen ja oder über den Sechser das muss man so ganz klar sagen aber wir haben wir haben nicht nur heute so ein Spiel wir haben auch schon gegen Mainz so ein Spiel gesehen von Kimmich da war er ähnlich stark wie heute ja wobei man sagen muss dass Mainz dann nicht so offensiv stark war wie Galatasaray das heute war von daher rechne ich eben die Leistung heute auf jeden Fall höher an ähm ähm ja und ich bin sehr gespannt ähm nochmal um das Thema vielleicht hier ganz kurz aufzugreifen ist halt schwierig wenn Tuche sich hinsetzt und sagt ja ich brauche eine Holding Six unbedingt in der Winterpause ähm und dann gleichzeitig sagt er Kimmich ist der Fixpunkt Kimmich spielt immer ja wie passt das irgendwie zusammen ja weil wenn eine Holding Six kommt spielt Kimmich nicht mehr auf der Sechs ich bin sehr gespannt wie es da weitergeht nochmal heute war es eine sehr sehr gute Leistung von ihm sowohl Zweikampf Zweikampf mäßig sowohl das Spiel äh verlagern das Spiel auch schnell machen ähm nicht das Spiel verzögern und so weiter äh vielleicht hat ja das Spiel in Dortmund auch das Spiel gegen Darmstadt ihm ein bisschen nachdenken lassen ne dass er sich ein bisschen anpassen muss ich weiß es nicht auf jeden Fall war es ein gutes Spiel gut lieber hatten wir Musiala können wir nicht wirklich bewerten Harry Kane ja Leute ich kann mich äh jedes Spiel hier hinsetzen das ist einfach krank ja das ist das ist einfach krank der Typ ist einfach krank schon wo die Flanke reinging vom vom Jo hast du gesehen der Helbig steigt da hoch und liegt das Ding ein ja und das Zweite ja gut das war natürlich bärenstark vorbereitet äh vom vom von Tell und vorher von Müller Müllers einzigste gute Aktion ja kommen wir gleich zu also Harry Kane ja wenn wir Harry Kane an Harry Kane messen würden äh dann würde er heute nur eine 2 kriegen äh aber wenn man 2 Tore in der Champions League macht ja also er war schon stark ich sehe ihn auf dem Level mitten also Kimmich Goretzka und Kane waren für mich heute die Spieler des Spiels ähm auch Kimmichs Leistung und Goretzkas Leistung äh muss man äh genauso hoch bewerten denke ich wie die von Harry Kane äh was mir ja wieder imponiert hat habe ich ja schon mal gesagt das war heute auch wieder ganz gut zu sehen wo er wieder äh äh maßlos übersehen wurde äh obwohl er schon Solar stand gefühlt 4 Sekunden und Sané einfach so sein Ding macht äh nochmal kann ich irgendwo verstehen es war zentral für ihn den Schuss zu nehmen ja wenn er dann noch ein bisschen uneigennütziger wird ähm aber da hatte man wieder so ein bisschen das Gefühl was man manchmal einfach hat so dass er einfach den Heavy übersehen möchte gerade in der Champions League ja da hat man immer so das Gefühl LeRoy will unbedingt da zeigen äh wer er ist so ein bisschen also das ist mir manchmal manchmal ein bisschen too much ähm worauf ich hinaus möchte wie Harry Kane dann reagiert hat klar hat er sich in der Szene aufgeregt hat man auch gesehen ähm keine 2 Minuten später Alter macht da schon wieder einen Steckpass auf den LeRoy äh und bereitet ihnen eine riesen Chance vor ähm da sieht man halt einfach was das für ein Typ was das für ein Typ ist einfach äh phänomenal ja Einwechselspieler Thomas Müller denke ich können wir bewerten ähm hat immerhin 60 Minuten gespielt ähm war ein Fremdkörper war ein absoluter Fremdkörper also bis zu der Szene ähm ja wo er da vorbereitet hat äh also vorbereitet für ein Till der vorbereitet hat ähm und dann seinen Dingen äh wo er die Chance hatte wo es angeblich dann Abseits war was kein Abseits war was aber neben das Tor ging aber ansonsten die ersten 40 Minuten wo er auf dem Platz war hast du das Gefühl gehabt äh er ist ein absoluter Fremdkörper ja er ist geackert gerackert aber stand teilweise irgendwie einen Meter neben Harry Kane dann stand er einen Meter neben King äh hat irgendwie nicht seine Position gefunden die er die er hätte spielen sollen ja ähm weiß ich nicht vielleicht war es weil es so überraschend war die Einwechslung I don't know hoffen wir mal was bei Mosella jetzt nicht super ernstes ist ähm ja wir werden es sehen äh sag ich mal ne hat schon dann mehr so der Raumdeuter wenn kein Raum da ist und so weiter aber nichtsdestotrotz er hatte zwei drei Aktionen ja aber da muss da muss von Thomas ein bisschen mehr kommen wenn er den Anspruch haben möchte äh gut wenn Mosella jetzt verletzt ist ja dann wird es wahrscheinlich so sein vielleicht ist es dann auch ein bisschen einfacher vielleicht ist er auch einfach nicht der Einwechselspieler dann gibt es ja auch nicht so der Einwechselspieler Typ gut Conny Leimer ja Conny Leimer hat ja den Kimmich gemacht das hätte hart ins Auge gehen können hat der Schiri gefiffen das Ding muss er nicht pfeifen definitiv muss er das nicht abpfeifen ähm hat sich auch dann noch kurzfristig fallen lassen und so ein Scheiß äh weiß ich nicht warum man das macht dann noch genau an dieser Position ja dass die Spieler das einfach nicht lernen zur Not kloppt den Ballard ins Ausalter oder kloppt ihn in Richtung Eckfahne ist doch scheißegal aber du kannst dich doch nicht da in so einen Zweikampf verwickeln und dann noch kurz mal fallen lassen gucken ob der Schiri pfeift und alter Betty kannst du dir nicht erlauben ja geht einfach nicht danach war es okay aber diese Szene äh gerade im Champions League Spiel alter kannst du dir nicht erlauben ja also ganz ganz wild hab ich nicht verstanden Serge äh ja gut was soll man dazu sagen er war ein paar Minuten auf dem Platz ähm ja er war sehr defensiv war wahrscheinlich auch die Anweisung halt hinten mit dicht machen ja Tell ja was soll man sagen zum Tell hat sich wieder reingehauen ähm hat das Tor völlig uneigennützig vorbereitet ich denke er hätte auch selber drauf schießen können ja die Qualität hat er da oft genug gezeigt äh hat aber den Blick gehabt Fabi Kane dann noch mit dem Bingo beim Gegenspieler ja schön vorbereitet ansonsten sich reingehauen wie immer wenn er reinkommt ähm ja und was gut war dass Tuchel diesen Wechsel auch gemacht hat ja damit kommen wir mal zum Trainer ähm Lieber war nichts mehr zweiter Halbzeit Punkt ja ist auch völlig okay wie gesagt erste Halbzeit war er stark war er mit der war er der aufwärtigste da vorne wie ich fand ähm dann ist einfach auch mal der Akku vielleicht leer und da muss es einfach auch mal eine Pause geben ich fand sogar er hätte ihn schon er hätte ihn auch schon zehn Minuten eher rausnehmen können ja aber immerhin hat er es dann mal zu 70. gemacht und hat nicht bis zu 80. oder 85. gewartet ähm und dass er einen Tal gebracht hat und nicht einen Knabry ist halt auch mal ein Zeichen ja ähm und ich denke es hat einen Tal auch ganz klar verdient auch aufgrund seiner Leistung in den letzten Spielen ähm dass er Müller bringt für Musiala ja hättest du halt vielleicht auch schon den Tal bringen können aber ja ich hätte auch den Müller erstmal gebracht ja hat der Müller ist ein gestandener Spieler hat er sich verdient dass er heute sich ein bisschen schwer getan hat äh wird er selber wissen ähm wird mit Sicherheit auch wieder besser werden ja deswegen denke ich äh Note für Tuchel Note 3 hat heute nicht irgendwie groß aus meiner Sicht irgendwas falsch gemacht ganz im Gegenteil die Mannschaft war eingestellt die Mannschaft war als Mannschaft auf dem Platz das ist so das Wichtige für mich ähm und man sieht oder man hat gesehen was unsere Spielidee war auch mit dem Kimmich ja natürlich bedingt dass ein Kimmich stark war ja von daher gibt es nichts äh zu kritisieren in meinen Augen ähm klar können wir jetzt noch super kritisch sein ja Minjay und darf nicht passieren bla und so ja mein Gott äh der Junge ist neu der spielt seitdem er da ist jedes Spiel äh äh weißt ja auch nicht wie die Kraft mitmacht dann in der Schlussphase ähm na klar darf das nicht passieren es ist passiert er hat drauf geschissen Alter ja ganz ehrlich da kräht am Ende des Tages kein Huhn mehr nach ob es jetzt 2-0 ist oder 2-1 hätten wir das Ding jetzt nochmal scharf gemacht wäre 2-2 gegangen hätte das anders ausgesehen aber hätte der Fahrradkette ist nicht passiert äh von daher kann man dann über sowas auch mal ähm ein bisschen drüber hinwegsehen ja ähm wie gesagt der Junge spielt jedes Spiel 90 Minuten ja und hat oft schlechte Spiele da drin hat sich heute wirklich reingebissen ähm ja und man muss ja auch nicht immer das Heine super suchen ja ich denke es war eine Fortsetzung von Dortmund jetzt vielleicht nicht äh ganz so stark äh weil aber auch Galatasaray einfach ein anderer Gegner war ja die haben sich halt reingebissen reingeworfen auch in den Zweikämpfen waren immer heiß waren immer fickrig sowas hast du bei Dortmund nicht gehabt das Gefühl ähm deswegen muss man das heute auch nochmal ein bisschen differenzierter betrachten und kann der Mannschaft das auch nochmal ein bisschen ein bisschen höher anrechnen dass man da so ähm so gegen gehalten hat und sich durchgesetzt hat ja auch mit der Atmosphäre im Stadion und sowas war das mit sich halt auch mal ungewohnt wenn du ein Heimspiel hast und von daher äh fand ich das völlig okay gut gucken wir mal wie das andere Spiel ausgegangen ist stand vorhin 4-3 für Kopenhagen ja 4-3 für Kopenhagen Alto Belli ähm haben wir denn hier auch eine Tabelle oder Statisten ist nur das wild 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 naja ich guck mal ob ich noch eine Tabelle finde auf der Bayern-Seite irgendwo ist die bestimmt da sind irgendwie Spieltage ähm ja wie gesagt es war ein gutes Spiel von uns meiner Meinung nach ähm klar war es jetzt nicht 90 Minuten Glanzfußball oder sonst was aber das muss es auch nicht sein ja mir persönlich geht es darum dass es eine Mannschaftsleistung war was es war ja dass man gesehen hat dass jeder für den anderen Gas gibt dass man gesehen hat dass wir eine Strategie haben mit wir gehen über die Außen wir legen die Bälle dann nach Außen wir versuchen auch mal eine Flanke über den Koman Sané kriegt das leider immer noch nicht hin mit den Flanken da hat er keinen Bock drauf weiß ich nicht warum äh müsste man mal nachfragen bei ihm vielleicht ist das auch einfach nicht gewollt von vom Doppel aus was weiß ich äh müßig darüber äh irgendwie zu zu spekulieren ähm noch mal wir müssen nicht immer das Hainese besuchen ja wir haben uns wir haben ein gutes Spiel gemacht äh ja hier habt ihr nochmal eine Tabelle ähm wird eine interessante werden interessante zwei Spieltage werden denke ich wir werden wohl das Züngen gleich an der Waage sein ja Kopenhagen 4 Galatasaray 4 Manchester United 3 Punkte ja wir spielen auch gegen Kopenhagen und gegen Manchester United ja wild 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 ja ich bin sehr gespannt also Galatasaray spielt auf jeden Fall einen Fußball der sehr interessant ist der schön anzusehen ist auch ähm von daher ja haben sie mir bisher mit am besten gefallen ja bin sehr gespannt wie das wie es weitergeht also ich gönne ihnen das wenn sie weiterkommen ähm ja wenn nicht dann nicht ist mir am Ende des Tages ist es mir wurscht ja ähm ähm aber es war auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen erfrischend zu sehen auch mal dass wir mal ein Team haben äh was auch mal so auftritt gegen uns ja ist halt schon schon erfrischend gewesen ja Leute das soll's gewesen sein meine Meinung zum Spiel gegen Galatasaray Istanbul jetzt spielen wir natürlich gegen gegen Heidenheim wenn mich nicht alles täuscht ich gucke noch mal zur Sicherheit nicht dass ich euch Mist erzähle ja wir spielen zu Hause gegen Heidenheim das wird natürlich sehr wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel werden es sei denn Heidenheim überrascht mich ich habe noch nicht so viel gesehen von Heidenheim ähm aber Heidenheimheim das letzte Spiel war das in Stuttgart oder was was sie gewonnen haben ich habe keine Ahnung ich bin halt auch voll nicht drinnen ne ähm ich bin halt voll nur im FCB drin Alter ich gucke aber mal eben nach noch schnell ähm ja aber ich denke nicht dass die äh Hauruck Fußball nach vorne gegen uns spielen werden wenn dann da kann es böse werden aber ja ja gut die haben zu Hause 2-0 gewonnen gegen Stuttgart aber trotzdem ähm von daher denke ich wird das wieder ein anderes Spiel werden dann ist interessant oder dann wird es interessant zu sehen sein äh ob wir dann Ideen haben oder ob wir dann wieder in dieses Einzelaktion Dingen verfallen ja da bin ich sehr gespannt ähm ja und in diesem Sinne Leute rot-weiße Grüße gehen raus ich denke ihr könnt zufrieden sein mit dem Spiel wie immer haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare ähm ich werde am Freitag dann wieder das Video zu euren Kommentaren aufnehmen in diesem Sinne Tschö